Ja, wir haben heute die Exkursion Innsbruck Like Never Before. Das Innsbruck Nature Festival lädt ein in Kooperation mit der Uni Innsbruck. Wir sind zuerst auf Schaffende Kau raufgefahren. Dort haben wir eine ganze Stunde lang über Innsbruck und Umgebung gesprochen und haben dann weiter uns auf die Architektur und die Siedlungsgenese konzentriert auf der Seegrabe. Ich finde, das ist eine Chance für beide. Wenn ich ein Festival habe mit lässigen Dokumentarfilmen da und ich habe gleichzeitig in der gleichen Stadt eine facettenreiche Uni, wo Expertise zu diesen Themen da ist, finde ich es einfach lässig fürs Festival, dass die Themen, die die Filme aufgreifen, dann weiter von der Wissenschaft aufgegriffen werden und ein bisschen diskutiert werden oder kommentiert werden. Mein Name ist Michael Beismann, ich bin Geograf und ohne Innsbruck. Ich bin Geograf und ohne Innsbruck. Vielen Dank.